Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Manuela Burgermeister. Im Strafverfahren rund um den Weltfussballverband FIFA sind künftig neue Ermittler tätig. Das Parlament hat ein Duo aus den ehemaligen Staatsanwälten Hans Maurer und Ulrich Weder zu ausserordentlichen Staatsanwälten des Bundes gewählt. Sie sind mit den Untersuchungen gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber und allfällige Mitbeschuldigte betraut. Dabei geht es um Ermittlungen zum Weltfussballverband FIFA wegen möglicher Ungereimtheiten. Zuletzt hatte Stefan Keller diese Ermittlungen geführt. Das Bundesstrafgericht erklärte ihn nach einer Beschwerde jedoch für Befangen. In der Folge trat Keller zurück. Seit Pandemiebeginn sind die meisten von uns mehr zu Hause. Wegen Homeoffice etwa oder weil Veranstaltungen abgesagt wurden. Und wir erledigen mehr im Internet, könnte man meinen. Doch Zahlen des Bundes widersprechen dem, zumindest teilweise. Basil Koller mit einer Übersicht. Weniger Menschen haben 2021 online eingekauft als noch vor zwei Jahren. Laut Bundesamt für Statistik hat das vor allem damit zu tun, dass pandemiebedingt deutlich weniger Flugtickets oder Billede für Sport- und Kulturveranstaltungen verkauft wurden. Dieser Rückgang machte offenbar den Boom des Online-Handels mehr als zunichte, sodass die Zahl der Online-Konsumentinnen und Konsumenten unter dem Strich sogar zurückging. Zugenommen hat laut Bundesamt für Statistik seit 2019 aber die Nutzung von sogenannten elektronischen Behördenleistungen, also wie viele Menschen im Internet ein Formular ausgefüllt haben, zum Beispiel für die Anmeldung von Hilfsgeldern. Waren es 2019 nämlich noch gut 40 Prozent der Bevölkerung, sind es in diesem Jahr bereits knapp 70 Prozent, die solche Angebote nutzen. Um die Klimaziele zu erreichen, will die EU keine neuen Öl- und Erdgaspipelines fördern. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments geeinigt. Sie setzen in einer neuen Verordnung stattdessen auf neue Schwerpunkte in der Energieproduktion. Neu gefördert werden besonders Stromnetze, Leitungen zu Offshore-Windparks und Leitungen für klimafreundliche Gase wie Wasserstoff. Die neue Verordnung muss noch vom Rat der EU-Staaten und vom Europaparlament bestätigt werden. Dies gilt aber als Formalie. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.463 Punkten plus 0,4 Prozent. Das Wetter über dem Flachland hat es Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter bei rund 2 Grad. Sonst ist es meist sonnig und es gibt bis zu 8 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Andreas Freudig. Die EU-Boice und die EU-Staaten von Uweiras voratmen ist auf Seite die EU-Staaten. Untertitelung des ZDF, 2020